So, schönen guten Morgen. Nein, es ist kein schöner Morgen, denn wir hatten gestern einen doch recht kräftigen Ausverkauf an den US-Märkten. Und wie sich das Ganze heute Morgen im DAX darstellt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Patrick Duane. Trotzdem dir einen schönen guten Morgen. Und gestern Jerome Powell, der FED-Chef, er hätte einfach nur sagen, brauchen die Zinsen bleiben genau da, wo wir sie haben wollen, nämlich im Keller. Und zur Not kaufen wir Anleihen, um die Renditen ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Das hat er nicht getan. Er hat nur gesagt, ja, die Inflation könnte tatsächlich im Zuge einer Wirtschaftserholung kurz anspringen. Und die Renditen haben wir im Blick. Und das war den Anlegern zu wenig. Und deshalb ging es kräftig nach unten. Ja, vor allen Dingen, und damit guten Morgen zu dir, Martin, weil er halt eben diese Zinskurve am Ende bei den 30-Jährigen nicht designen möchte oder künstlich nach unten halten möchte, hat tatsächlich das den Anlegern hier nicht gereicht. Du hast es gesagt, aber man muss noch mal überlegen, die FED pumpt jeden Monat 120 Milliarden Dollar in die Märkte. Also die machen schon eine ganze Menge. Und er hat ja eigentlich schon vor Wochen und Monaten gesagt, dass man auch zwischenzeitlich mal was diesen Inflationskorridor, von dem er sprach, dass der auch mal kurzfristig über 2 Prozent wird steigen können. Und das hält er für wenig problematisch und sieht vor allen Dingen, solange es von der Beschäftigungsseite keine Vollbeschäftigung gibt, keine nachhaltigen Risiken, keine dauerhaften Risiken und eigentlich keinen Grund, tatsächlich hier auch die Zinsen der FED anzuheben. Aber du hast es gesagt, aufgrund dieser Äußerung, die Märkte haben zumindest in Teilen mal wieder verrückt gespielt. Und es ist eine wirklich sehr volatile Woche, die wir hier zu Lande sehen. Der Dow Minus 1,1 Prozent. Die asiatischen Märkte wissen auch nicht so richtig, ob sie Fisch oder Fleisch sind. Der Nikkei schon deutlich im Minus und Shanghai Composite und Hangseng auch. Dann ging es mal vor einer Dreiviertelstunde nach oben für Hangseng und Shanghai in die Pluszone, sogar relativ zügig. Und jetzt sind sie gerade wieder um die Nulllinie. Also Tech-Aktien werden vor allen Dingen ausverkauft. Und du wirst ja wahrscheinlich gleich darüber reden. Aber wir haben ja gesehen von den Hochs Mitte Februar an den Nasdaq. Wir sind über 10 Prozent zurückgekommen. Der Dow hält sich noch ganz gut. Der DAX auch. Der wird wieder um die 14.000 Punkte Marke erwartet. Momentan leicht darunter. Aber der ist halt nicht so Tech-lastig. Deswegen ist er zumindest im Moment noch etwas immun gegen diese Abstürze. Aber lange werden die Marktteilnehmer dieses Ding nicht mitmachen. Zumal am Repomarkt sich auch ein bisschen was auftut an Risiken. Genau. Du hast es gerade gesagt. Der Repomarkt ebenfalls jetzt mittlerweile im Fokus. Wir werden es sehen. Vielleicht kommen wir trotzdem noch irgendwie mit einem blauen Auge aus dieser Woche raus. Dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende, einen schönen Tag nach Frankfurt. So. Der Kollege hat es gerade angesprochen. Wir sehen vor allen Dingen den Verkauf natürlich bei Tech doppelt so hoch die Verluste wie bei den Standardwerten. Hat natürlich aber auch damit zu tun, dass sie zuvor deutlich besser gelaufen sind als die Standardwerte. Da haben sich dann die Bewertungen aufgebaut. Es ist manchmal so ein bisschen die Frage, die Kurse gehen zurück. Wir haben alle gelernt in den vergangenen zwölf Monaten, jeder Rückgang ist letztendlich eine Kaufchance gewesen auf dem Weg in einem intakten Bullenmarkt, der weiter einfach nach oben wollte. Jetzt diese Verkäufe dann zu kontern mit Schnäppchenkaufen könnte vielleicht noch ein bisschen zu früh sein. Denn solange dieses leidige Thema Renditen und mögliche Inflation und mögliche Zinsschritte der Notenbanken da tatsächlich noch im Markt ist, könnte es hier tatsächlich zu weiteren Verkäufen kommen. Aber um Gottes Willen, also man muss halt vorsichtig sein und man muss ein bisschen Geld auf der Seite haben, um dann entsprechend reagieren zu können. Denn letztendlich, es schafft ja auch immer wieder Möglichkeiten, bei guten Werten dann vielleicht auch mal ein bisschen billiger zum Zug zu kommen. Schauen wir uns mal an, was die Asiaten heute Morgen machen, aber das wirklich nur ganz kurz. Der Kollege hat es ja gerade gesagt gehabt, aha, hat sich alles mittlerweile beruhigt. Und jetzt schauen wir uns mal die ersten Charts an. Geht los, geht los, geht los. Genau, mit dem Bitcoin. Genau, geht los mit den zehnjährigen Renditen. Also wir sind wieder über der 1,5 Prozent. Das heißt, wir sind in der Nähe des Hochs, das wir hier vor einigen Tagen gesehen hatten. Und dass er dann auch die Märkte, an den Märkten für Unruhen gesorgt hat. Letztendlich, dieser Rückgang, den wir dann beobachten konnten, der war wirklich nur kurzfristig. Und jetzt Renditen wieder im Aufgalopp und das bedeutet letztendlich natürlich auch, die Notenbank schaut hin. Aber sie hat es halt einfach an einer klaren Aussage, Ansage dann letztendlich vermissen lassen. Umfragen zeigen übrigens, dass Volkswirte in Deutschland, es gibt eine Umfrage von Bloomberg, dass Volkswirte in Deutschland durchaus davon ausgehen, dass die EZB mit Blick auf die steigenden Renditen am Anleihemarkt stärker aktiv werden wird. Also ein Thema, das uns in den kommenden Wochen sicherlich jetzt beschäftigen wird, je näher dieses ganze Reopening-Szenario letztendlich im Markt ist und wir dann schauen müssen, wie erholen sich die Wirtschaften, was hat das für Auswirkungen auf die Inflation, wie reagieren die Notenbanken, wird ein sehr spannendes Setup hier werden. Bitcoin etwas unter Druck, aber das ist ja mal auf hohem Niveau, 47.000 Dollar. Da muss man sich, glaube ich, momentan nicht allzu viel Sorgen machen. Es ist schwierig mit der Technik, wir könnten natürlich argumentieren, okay, sollten wir da drunter fallen unter die Unterstützung, die irgendwo im Bereich 45.000 Dollar liegt, dann könnte es noch mal etwas stärker nach unten gehen, aber das werden wir in den kommenden Tagen am Wochenende vermutlich dann sehen. Wie gesagt, Bitcoin wird ja auch am Wochenende gehandelt. Bei Amazon, ich hatte Sie gestern dabei, im Hinblick darauf, wir haben die 200-Tage-Linie nach unten jetzt verlassen. Gestern haben sich die Verluste noch etwas dann fortgesetzt, 0,9 Prozent ging es nach unten. Also durchaus etwas, was man jetzt im Auge behalten sollte, weil es so lange schon nicht mehr vorgekommen ist. Das letzte Mal hat die Aktie die 200-Tage-Linie von oben nach unten im März 2020 passiert. Dann gab es noch einen kleinen Rücksetzer. Ich hatte das gestern alles schon mal mit dabei. Das bedeutet nicht, dass das so bleiben muss, aber es ist ein technisches Verkaufssignal. Und Sie wissen ja, da schauen viele Leute drauf und gerade bei so großen Werten, die ja tendenziell etwas behäbiger sind, sind das durchaus doch wichtige Marken, die da auch im Kopf mit drin sind bei den Anlegern. Und es könnten vielleicht, der eine oder andere könnte versucht sein, hier tatsächlich dann mal auf der Short-Seite sein Glück zu finden. Und das letztendlich würde natürlich zu weiteren Verkäufen und damit auch zum Druck auf die Kurse führen. Das Gute, wenn diese Aktien fallen, die Bewertungen gehen runter. Das war ja durchaus eines der Themen, das wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder hatten. Tech, hohe Bewertungen. Und das ist jetzt gerade das, was auch vielleicht ein bisschen abgebaut wird. Vielleicht wäre es auch ohne die Sache am Anleihemarkt passiert, wer weiß das schon. Also bei Beidu ebenfalls weiter im Korrekturmodus. Nachdem die Aktie bis auf 340 Dollar gelaufen war und jetzt sind wir bei 260 Dollar. Das sind 80 Dollar, die wir da schon auf die Mütze gekriegt haben und das sind letztendlich knapp über 20 Prozent. Gestern übrigens eine sehr interessante Nachricht, was das Unternehmen betrifft, nämlich grünes Licht für ein Zweitlisting in Hongkong. Weshalb ist das wichtig? Sie wissen, es gibt immer diese drohende Gefahr, dass vielleicht die chinesischen Unternehmen dann mal von der Wall Street oder aus der Wall Street rausgeworfen werden könnten. Das war unter Donald Trump sicherlich ein sehr viel wahrscheinlicheres Szenario. Aber mit den neuen Bilanzierungsregeln könnte das ja irgendwann trotzdem greifen. So in drei Jahren würde es dann losgehen. Nichtsdestotrotz, Beidu war jetzt keiner der Kandidaten, die hier irgendwie in Gefahr kommen könnten, gegen Bilanzierungsregeln zu verstoßen und deshalb ausgeschlossen zu werden. Aber ich glaube, dass die großen chinesischen Tech-Unternehmen jetzt einfach mal gesagt hatten, okay, wir wollen nicht immer Spielball der Politik sein. Wir wollen jetzt einfach schauen, dass wir unsere Aktien dann eben in einem Zweitlisting dann auch in Hongkong platzieren. Dann nehmen wir hier schon mal ein bisschen Druck, damit die Anleger dann auch nicht verunsichert sein müssen. Also jetzt das Zweitlisting. Interessant ist, es geht ja immer einher mit Aktien, also letztendlich mit einer Platzierung und entsprechend auch Verkäufen. Und hier ist die Idee, dass Beidu auf der Unterseite dreieinhalb Milliarden Dollar einsammeln könnte für dieses Zweitlisting, für diese Zweitplatzierung. Das ist natürlich recht charmant, weil das Unternehmen dann weiteres Kapital letztendlich hinzugewinnt, dass man in den Ausbau der neuen Geschäftsfelder oder neueren Geschäftsfelder künstliche Intelligenz, autonomes Fahren etc. investieren könnte. Also durchaus eine positive Nachricht, die aber gestern völlig untergegangen ist. So, fundamental übrigens ist die Aktie jetzt wieder, ich finde sie attraktiv auf dem aktuellen Niveau. Elphabet, gestern einer der wenigen Werte, die sich da oben gehalten haben. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Es gibt in Phasen mit Unsicherheit, wenn die Kurse stark fallen, gibt es immer auch den einen oder anderen Wert, der sich hält und der nach einer gewissen Zeit von Anlegern, ich will nur nicht sagen, als sicherer Hafen betrachtet wird. Aber, wo auf jeden Fall die Anleger sagen, okay, da scheint sich jetzt irgendwas anderes zu tun, die spielen ein anderes Spiel und dadurch stabilisieren sich die Kurse auf diesem Niveau. Und wir sehen das momentan bei Elphabet ganz gut. Wir sind knapp oberhalb der Marke von 2000 Dollar, hat natürlich mit den fantastischen Q4-Zahlen zu tun und die Aussicht darauf, Mensch, wenn sich die Wirtschaft doch wieder erholt und wenn es dann demnächst jetzt alles wieder losgeht, dann werden natürlich auch die Werbebudgets letztendlich anspringen, die ja vielleicht auch gekürzt wurden in den vergangenen zwölf Monaten, dann würden die Werbebudgets wieder anspringen und Elphabet, also Google, die Google-Tochter, die Suchtochter, die würde letztendlich davon profitieren. Also, ganz interessante Geschichte, wenn Sie noch keine haben, das ist auf jeden Fall ein Wert, den man sich dann mal näher unter dieser Prämisse anschauen kann. Jetzt haben wir einfach mal den Rechner angeworfen, geschaut, Mensch, was ist denn da eigentlich jetzt gerade, welche Werte gibt es denn noch, die da unter Umständen in der Nähe des Allzeithochs sind? Und da sehen wir, aha, das sind Finanztitel. Eine American Express, ja, 1% unter dem Rekord hoch. Was haben wir da noch? Wir haben Schwab, einen Online-Broker. Wir haben, es gibt natürlich andere Werte, wir haben JP Morgan. Ja, oh, jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht. Wir haben eine Goldman Sachs. Also, die Aussicht auf steigende Zinsen treibt natürlich die Finanztitel, muss man ja so sehen. Und, okay, da haben wir noch Oracle mit dabei, die sind total unter jedem Radar geflogen. Ich glaube, die hatten wir das letzte Mal im Aktionär, das ist garantiert schon länger her. Wir haben andere Werte favorisiert, man kann nicht überall dabei sein, aber Oracle, die sind weiterhin auf hoch. Vielleicht auch deshalb, weil die Bewertung hier eben noch nicht so abgefahren ist, wie bei manch anderen Werden. Aber wir sehen vor allen Dingen im Großen und Ganzen, das sind die Finanztitel, die da oben stehen und die weiterhin auf Rekord hoch notieren und die vielleicht auch vom jetzigen Umfeld dann einfach profitieren. Zum DAX müssen wir nicht viel sagen. Der Kollege hat es gerade angesprochen. Sie haben es im Hintergrund auch an der Tafel gesehen. Bei 13.900 irgendwas. Super. Das ist super. Wir stehen 200 Punkte unter dem Allzeithoch. Und wir sehen, aha, in New York hat es ordentlich gescheppert, aber im DAX halt eben noch nicht. Und jetzt ist es vielleicht mal ein Vorteil, dass wir tatsächlich da doch eher traditionell unterwegs sind, was die Zusammensetzung des Index betrifft und dass wir so viele Industriewerte drin haben. Und eben nicht so viel Tech, denn zu dem Tech kommen wir gleich. Bei dem sieht es gar nicht so gut aus. RWE erst mal heute Morgen mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank und Kursziel 35. Ob das jetzt am Ende hilft, um hier diesen Abwärtstrend, den wir seit einigen Wochen sehen, zu durchbrechen, wage ich mal zu bezweifeln. Aber auch hier haben wir tatsächlich dieses technische Verkaufssignal gesehen mit der 200-Tage-Linie. Also von daher, es gibt, wenn Sie sich die ganzen Chartbücher anschauen, die ganze Literatur anschauen, dann werden Sie sehen, aha, es gibt häufig solche Szenarien, da wird ein wichtiger Widerstand letztendlich gebrochen. In dem Fall wäre das jetzt hier nach unten. Dann kommt es zu einem Pullback, nennt man das, an die Ausbruchslinie. Das heißt, man probiert nochmal, man testet nochmal diese Ausbruchslinie an. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man springt drüber, dann heißt es einfach, okay, war jetzt einfach eine Bärenfalle in dem Fall, oder aber tatsächlich, man dreht hier wieder ab, weil der Widerstand dann einfach zu stark ist und dann geht die Aktie in Richtung dieses Ausbruchs weiter nach unten. Und spätestens, wenn hier dieses Tief, dieses Verlaufstief, dann durchbrochen wird, hat man eine Bestätigung des Abverkaufs und dann kann man sich tatsächlich neu positionieren. In dem Fall für Trader wäre das dann natürlich auf der Gegenseite, also auf der Rückseite Richtung Süden, die ganze Geschichte. Ich weiß, viele von Ihnen sagen, naja, nee, auf fallende Kurse will ich nicht wetten. Das ist aber durchaus menschlich. Wir sind nun mal positiv gestimmt. Wir sind halt einfach Menschen. Aber man kann sehr viel Geld auf dieser Rückseite auch verdienen, zumal auch die Bewegungen sehr hart sind. Bei der deutschen Börse hat sich monatelang jetzt nichts getan und jetzt fehlen ganz einfach die Impulse auch hier. Da war der Bruch schon länger mal da gewesen, wobei das läuft alles so in die Seite, da kann man gar nicht so viel rauslesen. Interessant wird sein, ob wir tatsächlich bei der deutschen Börse, sollte die Aktie unter Druck geraten, hier dieses Tief vom November nochmal unterschreiten. Das wäre dann in dem Fall tatsächlich Ihr Triggerpunkt, dass Sie sagen, okay, könnte man jetzt mal tatsächlich auf niedrigere Kurse spekulieren. Bei der deutschen Telekom, klar, wenn die Zinsen steigen. Jetzt auf der einen Seite würde ich immer argumentieren, Mensch, dann suche ich mir doch irgendwas, was konservativ ist. Allianz würde ich beispielsweise mit reinnehmen. München-Rück würde ich wahrscheinlich mit reinnehmen. Und eine deutsche Telekom, ja, eigentlich. Aber wenn die Zinsen steigen, ist das natürlich für ein Unternehmen, das 100 Milliarden Euro an Schulden vor sich her schiebt, nicht so gut. Jetzt haben die bisher gezeigt, Sie hatten ja in den vergangenen Jahren, ist das ja wirklich Lummerland gewesen, wenn es um Kapitalaufnahme für die Großkonzerne ging. Die niedrigen Zinsen, die extrem niedrigen Zinsen, haben dafür gesorgt, dass letztendlich die Refinanzierung zum Nulltarif gelaufen ist. Da wurden die ganzen alten und höher verzinsten Papiere letztendlich in den Markt gebracht und man konnte sich wirklich billiger refinanzieren, weil halt einfach das Zinsniveau so niedrig war. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, sollte das ein Thema werden, dann könnten die unter Druck geraten, weil sie halt einfach eben so einen immensen Schuldenberg haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie sind Cashflow stark, also das heißt, sie produzieren jede Menge frisches Geld, mit dem man die Schulden bezahlen kann. Sie haben natürlich tolle Beteiligungen. Jetzt erst mal die Fusion Sprint, die Mobile US, sie haben das Tower-Geschäft, sie haben die Immobilien etc. pp. Das europäische Festnetzgeschäft ist ja alles da und Mobilfunkgeschäft, es ist ja alles da. Man müsste es dann vermutlich ein bisschen neu strukturieren, damit die Anleger da ein bisschen weniger verunsichert werden. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, sie sind ein guter Dividendenzahlung. Sie haben ja gesagt, an der Unterseite soll es eigentlich immer so 50, 60 Cent sein. Ich glaube, 60 Cent hatten sie gesagt, können Sie sich selber ausrechnen, ist eine Dividendenrendite von 4, etwa 5 Prozent. Wenn die Aktie vielleicht noch ein bisschen fällt, könnte man sich ein paar reinlegen. Ich diskutiere schon Monate, nein, Jahre, mit Kollegen darüber, ob es dann eine Rolle spielt, wie sich der Kurs entwickelt. Und ich argumentiere, wenn ich Geld übrig habe, übrig, und ich nehme mir so einen Wert und lege ihn mir ins Depot als Dividendenzahler und ich kann mir sicher sein, dass die Dividende gezahlt wird und ich kann mir sicher sein, dass dieses Unternehmen morgen noch existiert, also in einem Jahr, drei Jahren, fünf Jahren, dann glaube ich, spielt die Kursentwicklung nicht die entscheidende Rolle, weil irgendwann nach, in dem Fall, bei einer fünfprozentigen Dividendenrendite hätten sie nach, naja, 17 Jahren ihren Einsatz wieder raus, nur über die Ausschüttung. Also das aber nur am Rande. Ich finde, das ist immer eine ganz charmante Idee, wie man sowas auch spielen kann. Das sind aber dann Depots, wirklich die bestücken sie, lassen sie liegen, machen nichts mehr damit. Delivery Hero. 200-Tage-Linie, ja, hier sehen wir den relativ deutlichen Ausverkauf. Die sind natürlich teuer. Sie erzielen auch keinen Gewinn. Das ist ja das, was durchaus häufiger kritisiert wurde. Ja, sie wachsen stark und das ist toll in einem Bullenmarkt. Aber natürlich jetzt kommt ein bisschen ein anderes Storytelling dazu. Ja, die Erzählkette verändert sich ein bisschen und dann sind Unternehmen, die keine Gewinne erzielen und zwar dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch nicht. Das sind dann natürlich die, die als erstes auf den Verkaufslisten der Anleger auftauchen, weil sie sagen, zu risikoreich. Und das ist dann das, was wir hier sehen und jetzt schauen wir uns die 200-Tage-Linie an und dann müssen wir schauen, bricht die Linie oder könnte sie tatsächlich, kann sich das Ganze hier nochmal nach oben retten, indem sie halt einfach hier dann in diesem Bereich abfedert. Wir werden es sehen. SAP, ja, wir hatten ja eigentlich diese Hoffnung, schade, ich hätte eigentlich hier tatsächlich den Candlestick nochmal nehmen sollen. Wir hatten ja dieses Gap und dann gab es ja die Spekulation, Mensch, man könnte so eine Gap-Spekulation machen, wo die Aktion nach oben läuft, in das Gap reinläuft und dann tatsächlich da relativ schnell den Turbo zündet. Hat SAP dann tatsächlich auch so mal ein bisschen gezeigt, in welche Richtung es gehen könnte, aber jetzt ist das Marktumfeld zu schlecht geworden und das ist Technologie und deshalb auch hier der Abverkauf und das ganze Szenario hat sich mehr oder weniger jetzt in Luft aufgelöst und irgendwann können sie natürlich dann, wenn wir unter die 100-Euro-Marke fallen, können sie hier unten sich dieses Verlaufstief nach den doch überraschend schwachen Zahlen dann nochmal auf Wiedervorlage packen und klar, es gibt die Möglichkeit dann tatsächlich auch mal zu sagen, okay, fällt sie in diesem Bereich, dann kann man tatsächlich mal darauf setzen, dass es da zu einer Trendumkehr kommt. Nordex, die haben ihre vorläufigen Zahlen letztendlich gebracht, das war alles wenig überraschend, Umsatz 4,6 Milliarden und das EBITDA 94, insgesamt Auftragseingang über 6 Gigawatt im letzten Jahr. Das ist ganz ordentlich, aber auch hier, das wird vermutlich, Prognosen bestätigt, das wird vermutlich jetzt erstmal den Abverkauf nicht stoppen. Wir haben noch ein bisschen Platz nach da unten, noch nicht allzu viel passiert, aber ich glaube, diese Idee, dass wir uns irgendwann hier mal diese Punkte vornehmen, das war ja so die Idee, dass wir da drüber hinauslaufen, das können wir jetzt erstmal auf Sicht von ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monaten abhaken, die ganze Geschichte. der HelloFresh auch so eine Story, ein Story-Stock letztendlich, eine Momentum-Aktie in der Pandemie und auch die haben zuletzt kräftig wieder verloren. Es gibt ja auch Verkaufsempfehlungen von Analysten, die sagen, okay, die ist zu heiß gelaufen, da muss man jetzt nicht mehr dabei sein, die kann man auch tatsächlich auf diesem Niveau noch verkaufen. Werden wir auch hier sicherlich zukünftig sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Und Zalando, ja, ist ganz schick. 200-Tage-Linie und gestern dieser Abverkauf bis auf die 80-Euro-Marke. Wäre schöner gewesen, wir hätten hier diese Kerze gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen. Am Ende einer Bewegung haben Sie, wenn Sie sich einen Candlestick anschauen, Candlestick-Chart anschauen, dann haben Sie am Ende eine Abwärtsbewegung häufig so eine Kerze. Das heißt, Sie haben noch mal einen sehr starken Abverkauf, die Anleger reagieren in Panik und dann zieht sich das Ganze wieder hoch und am Ende, das nennt man Hanging, ich glaube, es ist der Hanging Man, nee, Hanging Man ist es in der Aufwärtsbewegung. Es ist dann, ich glaube, es ist der Hämmer. So, schauen wir, es wäre schöner gewesen, wenn wir das jetzt am Ende gesehen hätten. Das erscheint mir ein bisschen zögerlich. Wir werden es, wie gesagt, in den kommenden Tagen vermutlich erleben, ob wir da drehen können. Zalando, meiner Meinung nach, weiter einer der interessantesten europäischen Tech-Konzerne, ganz einfach, weil das Umfeld stimmt, weil man mit dem richtigen Geschäft jetzt in der richtigen Zeit ist und ich glaube, auf Sicht einiger Monate, Quartale, kann man da relativ wenig falsch machen. Das sei es von meiner Seite gewesen, schauen wir, wie der Tag heute wird. Lassen Sie sich nicht verunsichern, auch wenn es heute nochmal rumpeln sollte, wird auch wieder bessere Zeiten geben. Ansonsten, wir sehen uns wieder um 14.40 Uhr, dann mit der US-Vorbörse. Bis dahin, CIS.